Matagos, 30 Tipps für eine erfolgreiche Mathematik-Matura, Tipp Nummer 24, bei der Wahrscheinlichkeit merkt euch auf jeden Fall den Satz, Anzahl der günstigen Fälle durch Anzahl der möglichen Fälle. Sobald ihr irgendwie das auf jeden Fall verinnerlicht habt, dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal diese einfachen Wahrscheinlichkeitsaufgaben lösen. Bedenkt auch, wenn ihr dann ein Baumdiagramm zeichnet, dass dieses Baumdiagramm nicht zwingend immer vollständig sein muss. Das heißt, hier zum Beispiel beim Würfeln, wenn man einen Sechser würfelt, dann hat man angesetzt, dann kommt der nächste dran. Das heißt, hier braucht ihr nicht das Baumdiagramm weiterzeichnen, sondern das ist hier schon nach dem ersten Sechser sozusagen jeweils erledigt. Und bedenkt auch immer, ihr könnt mit der Gegenwahrscheinlichkeit arbeiten. Geht oftmals schneller, als wenn man jetzt hier jede einzelne Wahrscheinlichkeit für einen Sechser durchrechnen würde, nehmt einfach die Wahrscheinlichkeit für dreimal keinen Sechser zu würfeln.